hallo heute ist donnerstag der 12 oktober 2023 mein freund diddy und ich wir fahren mit unserem honda cbf cb 500 f jetzt hier in lanzorote fahren wir ein bisschen herum in richtung mirador del rio ist eine sehr schöne gegend gefühlt bei 35 36 grad es herrscht ein ganz kleiner milder wind aber er kühlt auch nicht wirklich ab und wie das jetzt hier auf lanzorote ausschaut das seht ihr hier im video wir befinden uns jetzt hier in der rameos del agua das sind zwei wunderschöne höhlen und noch einiges mehr zu sehen es sieht richtig toll aus und dass hier leben die weltweit einzigsten höhlen krebs in weiß wie das ausschaut das seht ihr hier so 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 so